Showa Dainichi, 70cm frischer Sansai Weiglich, den haben wir als Nisai gekauft. Wir haben den hier in der Innenhalterung aufgezogen. Der hat sich sehr gut entwickelt, ist ein super Showa. Guten Körperbau, ist nicht fertig, ist lang und gestreckt. Benni und Sumi sind noch nicht fertig. Sehr sauber. Sehr schöner Koi. Zertifikat bei Dainichi ist natürlich da.